Auf Bach-Saibling, hier am Kuori, immer wieder gut, durchaus eine Option, auf Bach-Saibling mal mit den Grundrouten zu gehen, aber natürlich auch hier mit der Jig-Montage und das machen wir jetzt. Also es wird zwar gerade dunkel, aber wir nutzen die Zeit einfach schamlos aus und testen hier auf Jig-Montage am Kuori. Ich war ein bisschen überrascht, ich hatte gerade ein bisschen rumgeforscht und ein bisschen rumgesucht, was es denn wieder so gibt und das hier habe ich schon länger nicht gesehen, das war ein Beitrag im VK, da hat jemand hier eine schöne Trophy sogar gefangen. Bach-Saibling-Trophy am Kuori ist der absolute Oberhammer, fehlt mir auch noch, hätte ich gerne, als allgemein habe ich noch nie gefangen, Bach-Saibling, schon häufig drauf gegangen, aber noch nie erwischt, den Schlingel. Ja und deswegen sofort schamlos ausnutzen, wenn es doch diese Chance gibt, auf so einen Fisch. Man kann, wie gesagt, auch in diesen tiefen Löchern hier am Kuori es immer probieren. Das heißt, entweder steht man hier, wirft, naja, ich sag mal, man kommt vielleicht so in diesen Bereich hier noch rein, hier aus oder, ja, man versucht es von der Insel aus in den Bereich oder, da gibt es ja auch schon Videos zu, hier in diesem Bereich oder hier. Dass man hier in diese tiefen Löcher, in diese tiefen Bereiche wirft und dann kann man das mit den verschiedensten Küdern machen, Köcher fliegen, Larve und so weiter und so weiter. Ähm, geht, was natürlich auch richtig gut geht, ist der Kaulbarsch als Köder, das heißt, wenn man schon soweit ist, dass man, ähm, ja, dass man Köderfische machen kann, verwenden kann, dann natürlich auch gerne damit versuchen. So, nochmal so ein bisschen absinken. Und, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir eigentlich hier schön durch diese Rinne durchjiggen. Ich glaube, jetzt sind wir erst auf dem Grund. Ja, und in der Jigführung. Eine Umdrehung, bisschen warten. Eine Umdrehung, bisschen warten. Das Coole ist, im letzten Video war ich mit dem gleichen Setup unterwegs. Auch hier wieder absolute Empfehlung, diese Route, zack, da ist er dran. Ja, absolute Empfehlung, die Karma Mächter, super Tragfähigkeit. Ich zeige gleich nochmal das gesamte Setup. Gute Tragfähigkeit, gutes Wurfgewicht, passende Rolle dazu und ab geht es. Alter, haben wir erstmal einen Saibling hier dran. Komm ran. Saibling. So. Ja. Und jetzt ist halt die große Frage, lübt das hier für mich auch? Das ist halt immer die große Frage. Wenn solche, solche Spots existieren, wie ist es vom Wetter? Passt das Wetter? Ähm, werden die Köder gut angenommen? Und, ähm, zack, okay, 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 okay. Schon mal ein gutes Zeichen. Hier kann natürlich einiges reingehen, ne? Hier können Barsche noch reingehen, neben den Saiblingen. Ähm, vielleicht können auch noch dickere Brocken reingehen. Hechte könnten durchaus auch reingehen. Da kommt aber schon die richtige Färbung. Die wollen wir. Und das Gewicht ist auch schmackofatz. Schmackofatz. Richtig, richtig cool. Also, erster schöner Bach-Saibling im Sack. 1,4, 1,5 Kilo fast. XP sind super. Ich bin gerade, ja, noch in der Happy Hour. Gerade erst ausgeworfen hier. Happy Hour gestartet. Also, das sieht auch schon gut aus. Wieder ein bisschen absinken lassen. Und dann locker durchziehen. Tempo 25. Also, relativ langsam bin ich auch unterwegs beim Durchjicken. Ähm, wir hatten das ja letztens noch auch in einem Turnier hier. Im Livestream auf Twitch. Da hatten wir ja ein Wettangeln gemacht. Und, äh, waren auch hier am Kuori auf Grund unterwegs. Und, ähm, beziehungsweise auch so auf Quappe und sowas. Und da merkt man eben an vielen Stellen, wenn man ins Jiggen kommen will, stößt man oder kommt man häufig aus der Jig-Führung wieder raus. Wenn das passiert, seid ihr quasi an einer Stelle, die nicht so gut geeignet ist, weil auf dem Untergrund irgendwelche Gegenstände im Weg sind. Das heißt also, entweder hat man dann in der Bahn, die man durchzieht, ähm, verschiedene Untiefen, die dann da rausstehen. Oder man hat irgendwelche Löcher, die dann da auf einmal sind. Und, ähm, dementsprechend kann es eben sein, dass bei der Jig-Führung, ähm, dass da irgendwas, dass ihr dagegen stößt oder halt dann absinkt und dann quasi aus der Jig-Führung wieder rauskommt. Wenn das ist, dann müsst ihr halt ein bisschen rumsuchen, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Ähm, das passiert eben immer mal wieder. Ich mach mal eben auf hier. Das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel hier einmal durchzieht, passt das sehr gut. Wenn man dann aber mal so durchziehen würde, hat man halt eins, zwei, drei, dann wieder vier, fünf Kanten sozusagen. Also verschiedenste Höhen und Tiefen. Und, ähm, dementsprechend, ähm, kommt man halt immer wieder aus dieser Jig-Führung raus. Kann dann gerade hier am Koori immer so ein bisschen nervig sein, weil es das häufig gibt. Also hier gibt es ganz viele Stellen, die, oder auch mal an glatten Stellen, wo man denkt, hier ist doch nichts. Da ist dann doch auf einmal so eine kleine Unebenheit. Und, ähm, ja, das Bleisch oder der Köder schlägt dagegen. Und dementsprechend ist man dann raus. Jetzt gucke ich auch noch mal genau. Ich bin ja jetzt hier auch recht neu. Hab hier noch nicht vorher gejickt. So, dass man sich so ein Ziel dann auch aussucht. Eine Entfernung dann einmal ein bisschen rumprobieren, dass man genau immer in diese gleiche Richtung in die gleiche Ecke wirft. Und dann landet man da an der Stelle in dem tiefen Bereich. Absinken lassen das Ganze und dann locker durchziehen. Jetzt ist einmal die Schnur ein bisschen gestrafft und dann eine Drehung. Bisschen warten. Wir sind im Jig. Nächste Drehung. Wir sind wieder im Jig. Genauso. Und dann die nächste Drehung. Ja, so ist das dann ideal. Und dann lübt das auch. Ähm, zu den Ködern kann man sagen, man kann natürlich auch ganz normal die gekauften Köder verwenden. Ich hab jetzt hier gerade die selbst gebastelten, die Schaumgummiköder drauf. Bei dem Texas Rig, ähm, mit der blauen Perle in Kombination. Wenn man so weit noch nicht ist, wenn man vielleicht nur auf der Jig-Montage ist, da vielleicht einfach mal gucken, dass man einen gelblichen Köder nimmt. Sowas wie einen Maggot oder sowas. Ähm, einfach gelb, knallegelb von der Farbe und auch das einfach mal durchziehen. Bam! Na siehste. Also, kurzer Einschub nochmal zu den Ködern. Denn, es ist natürlich klar, wenn es hier immer heißt, hier dieser Schaumgummiköder und hier dieser selbst gebaute Köder und so weiter und so weiter. Äh, hier nochmal eben die Bestätigung. Es funktionieren auch andere Köder. Kurzer Test. Ähm, ich guck mal eben rein. Maggot 4004. Was hatten wir hier? Lünz Minnow 8003. Hier war ein bisschen Shitkram. Und Lünz Minnow 8004. Also, es funktionieren auch andere Köder. Das nochmal als wichtige Information. Nicht, dass es immer nur heißt, es funktionieren nur die selbstgemachten und die Schaumgummi und die 75 Balsa und weiß der Geier was. Es gehen auch andere Köder. So, jetzt geht's weiter. Und gucken, was dann da so drauf geht. Äh, grundsätzlich sagt man ja, wenn man mit Texas Rick unterwegs ist, dass man dann sowas wie eine Komplementärfarbe verwendet. Also, beziehungsweise gibt es zwei Herangehensweisen. Entweder man nimmt die Komplementärfarbe, also die Farbe, die entgegengesetzt ist zu der momentanen Köderfarbe. Oder man kann auch schon mal die gleiche nehmen. Das hat auch schon mal immer wieder ganz gut funktioniert. Rot-Rot, Rot-Lila oder sowas hat auch schon mal immer wieder ganz gut funktioniert. Und dann, wie gesagt, Komplementär wäre dann hier bei dem Setup jetzt, wie gesagt, blau-gelb. Oder wenn man dann, keine Ahnung, nehmen wir vielleicht mal irgendwie hier Rot, dann würde man eher eine grünliche Perle nehmen, ähm, blau-orange und sowas in der Art, ne. Also, das wären dann die entgegengesetzten Farben. Ja, so sieht das Setup gerade aus. Das ist das Setup, was ich, wie gesagt, auch zuletzt noch am Yama verwendet habe. Karma, Mächter, richtig gute Route, sensationell, ähm, für die, für Preis-Leistungen und, ähm, wirklich gut zu empfehlen, ab Quori, wenn man sagt, okay, ich brauche ein bisschen was mit mehr Tragfähigkeit, ähm, aber auch eine Route, die ich im Endgame noch verwenden kann. Was heißt Endgame? Sagen wir mal, frühes Endgame, wenn man schon mal die ersten Schritte zum Yama dann macht, kann man diese Route auch richtig gut verwenden. Ähm, ja, siehst du dann, wie gesagt, auch im letzten Video. Und, ähm, ja, das Gute ist, wie gesagt, das Wurfgewicht, der Preis, die Tragfähigkeit absolut ausreichend. Und dann ist das hier das Setup, ähm, ja, auch das hatte ich jetzt zuletzt am Yama häufiger gemacht. Einfach mal nur mit Fluorocarbon ohne Vorfach, also Vorfachsmaterial komplett verwendet. Und das Schöne ist, weil wir ja hier jetzt so eine, so eine große Spule haben, so eine richtig gute Allround-Rolle, die man, äh, zum einen zum Karpfenangeln gut verwenden kann, aber eben auch aufgrund der Geschwindigkeit sehr gut fürs Spinning verwenden kann. Und diese Rolle eben auch noch so einen Karpfenkopf quasi hat, so ein, ähm, mit viel Fassungsvermögen, viel Schnurfassungsvermögen, ähm, geht da eben auch diese dicke Schnur 0, 4, 5, richtig viel Schnur auch noch drauf. 200 Meter Schnur reicht komplett eben aus. Und dementsprechend kann man das Teil ganz gut nehmen. Man könnte vielleicht sogar noch leichter dran, in Richtung von, ähm, von 9 Kilo. Auch durchaus eine Option. Ich habe einige von diesen Schnüren immer dabei. Hätte man sogar 250 Meter drauf. Ähm, 0,4 ist die jetzt nur dick. Oder man geht eben mit einer anderen Rolle hier dran. Vielleicht mit einer, vielleicht hat man sich eine, eine Alpha schon gekauft oder sowas. Die sind dann auch durchaus gut zu beangeln mit geflochtener Schnur. Die Alpha ist da so ein bisschen rustikaler. Nachteil, wenn ihr mit geflochtener Schnur unterwegs seid, immer dran denken, auch auf der Route haben die Schnurlaufringe dann natürlich mehr Verschleiß. Ist ja auch ganz klar, die geflochtene Schnur ist ja gedreht, ist also nicht so ganz glatt. So glatt wie jetzt hier so eine, so eine Fluro- oder, oder, äh, Monoschnur. Und dadurch, dass die halt so gedreht und geribbelt sind sozusagen, rubbeln die die ganze Zeit bei jedem Drill, bei jeder Bewegung, ähm, rubbeln die quasi über die Schnurlaufringe und verursachen quasi den Verschleiß. Ist ja, ist ja normal. Und, äh, das merkt man tatsächlich. Also wenn man mehrere harte Drills hatte mit Fluorocarbon, beziehungsweise, ähm, ja, im Vergleich, ähm, Fluorocarbon zu gefluchtene, sieht man deutlich den Verschleißunterschied auf solchen Routen und, ähm, und vielleicht auch auf den Rollen. Und was eben dazu kommt, gerade bei etwas günstigerem Setup, was ja natürlich auch die Karma Mechter ist, das ist ja jetzt hier nicht High-End, ähm, Equipment, sondern der Einstieg quasi, ähm, ins Endgame, dann ist das ja trotz allem immer noch ein Setup, was halt günstig ist. Die Route liegt bei unter 1000 Silber oder um die 1000 herum. Und, ähm, mehr ist das halt auch nicht, ne? Also wie gesagt, da ist der Verschleiß dann doch noch ein bisschen höher. So, jetzt nicht mehr viel quatschen, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren auf die Jig-Führung, dass das hier mal ein bisschen funktioniert, denn ich will hier dicke, fette Brocken und im Idealfall will ich hier auch noch meine Trophy haben. Koori, äh, Saibling, war der nicht sogar hier drin? Bachsaibling, da ist er doch. Verdorch, da wäre doch mal gelacht. Endlich mal hier auf Bachsaibling. Ich glaube, ich probiere hier auch noch mal mit Köderfisch, Kaulbarsch, den schmeiße ich dann hier auch noch mal hin. Wenn doch hier gerade in dem Bereich der Bachsaibling gefangen wird, wäre das doch der Oberhammer. dann nutzt man das doch gerade aus, die Chance. So, erstmal jetzt weiter hier durchziehen. Ich würde sagen, zieht raus die Brocken, testet selbst, probiert und, äh, schön konzentriert durchziehen die Jig-Führung und dann ballert im Idealfall bei euch auch der Brocken rein. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen für das Video, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Peter.